Kurzes Vorwort vor der Aufnahme. Ich wollte euch nur kurz sorry sagen, dass ich so ausgerastet bin, also nehmt euch nicht so ernst, was ich gesagt habe. Ich war einfach müde. Äh, ja. Dann... Ja, es geht weiter mit dem Video. Hey Leute, was wäre wichtig für uns zu eurem Video? Zum Beispiel für heute im Link M1-S1-VC auf Gomme, Road to Rhinowar, trainieren nur ein wenig, bevor es morgen losgeht. Und ja, ich entschuldige mich jetzt schon, dass es keine Videos kamen. Aber jetzt kommen wieder regelmäßige Videos, da wir jetzt Sommerferien haben. Und ja, eigentlich habe ich schon das hier aufgenommen, nur ne, ne, lade ich das nicht hoch, weil ich nur ausgerastet bin, wegen Quix, weil ich da eh nur abgestockt wurde. Und ich bin wieder total nicht scheiße runter. Und ich hab grad so Nerv auf Minecraft, Alter. Ich kann so überhaupt nicht mehr spielen. Ich mag mich, das sei ich von Langweil geworden, voll die asoziale Community. Ich mag mich, das sei eigentlich von Langweil geworden, voll die asoziale Community. Ich mag mich, das sei eigentlich von Langweil geworden, voll die asoziale Community. und ich den Medic abgericht455 Bobi Rhinowar. Danke. Und ich mag mich, das ist zur welcomehalligen. Ich kann noch nicht bedscenken, Abende mit den weinen Dank zu 상tieren, ein лучes besten completionen sein律 structures. Und ichując Putt und ich Practition in Land, die ich noch besonderes Gefühl habe ich snekt die es führen. Aber ich kann so oft immer sein, ich kann so die assistieren, dass dieamos darstürzt müssen, wir ja ein bisschen anhandeln und Was soll ich denn da machen, wenn der so Kombos verteilt? Alter, meine Fresse! Ja, guck mal, er kann nicht mal easy schreiben. Thomas Kitt. Alter, ich werde das so Quingspeed-Retter nicht machen. Guck, das ist auch schon wieder so extra gemacht. Ich habe den eigentlich gehittet, aber nein. Das ist gut, Alter. Das ist gut. 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 Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Minecraft. Das ist gut. 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 von 5000 oder sowas. Sorry, Leute, aber ich hab keinen Bock mehr auf Real2Wow. Fickt euch alle ins Knie, Alter. Ja, also so, Leute, das war's mit dem Video. Ich wünsche mir, wenn du dann hast, dann eine positive Bewertung dort. Ja, jetzt kann ich noch schnell mit dem Video.